Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Luther und ich zeige euch heute, wie ihr mit der Apnea Trainer App trainiert. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Trainings Modi, aber nur das Apnea Training ist das eigentliche Training, was ihr benutzen müsst, wenn es darum geht, die Tauchzeit zu verbessern. Der Pranayama Modus ist nur dafür gedacht, vor dem eigentlichen Tauchgang zu entspannen. Der Custom Pro Training Modus ist dafür da, um andere Yoga-Atemübungen testen zu können, die die App jetzt von der Grundeinstellung her nicht bietet. Also wenn man länger die Luft anhalten möchte, immer den Apnea Training Modus verwenden. Vor dem ersten Training muss das richtige Timing ermittelt werden und dafür bietet der Apnea Trainer den Start Check. Der funktioniert so, dass man einfach so lange wie möglich einatmet, dann auf Start drückt und danach so lange wie möglich durch die Nase, das ist ganz wichtig, ausatmet und sobald man das Gefühl hat, dass man keine Luft mehr in den Lungen hat, drückt man auf Stopp. Apnea Trainer berechnet dann automatisch das richtige Timing. Mehr ist für das erste Setup auch nicht notwendig. So, wie schaut es nun mit dem eigentlichen Training aus? Man sollte mindestens dreimal pro Woche für jeweils 10-15 Minuten mit dem Apnea Training Modus trainieren. Wenn man das macht, sollte man innerhalb von 20 Tagen in der Lage sein, länger als drei Minuten die Luft anhalten zu können. Grundsätzlich gilt, je mehr man trainiert und je länger die Sessions sind, desto besser wird man. Also mehr hilft ja auch mehr. Wichtig ist außerdem die sogenannte Zwerchfellatmung zu verwenden. Durch die Nase atmet man aus und dabei geht der Brustkorb und der Bauch nach innen. Umgekehrt, wenn man einatmet, geht der Brustkorb und der Bauch nach außen. Idealerweise liegt man während des Trainings auf dem Rücken. Nach jeder Trainingseinheit mit dem Apnea Trainings Modus wirst du gefragt, wie du dich fühlst. Die Antwort verändert die zukünftigen Zeiteinstellungen im Apnea Modus. Das Training sollte immer herausfordernd sein. Im Schluss noch ein kleiner Tipp, wenn man auf Sessions drückt, dann kommt eine Counter- und Funktion zum Vorschein. Da kann man die gewünschte Trainingszeit einstellen und beim Start auf Training wird dann diese Zeit heruntergezählt. So viel zum ersten Setup. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Apnea Trainer. Bis zum nächsten Mal.